Grüß Gott, mein Name ist Fuchs Kilian von der Schallerei Fuchs, Holz- und Kunststoffbearbeitung. Unseren Betrieb gibt es seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren sind wir hier ansässig in Feldkirchen-Westerham, Ortsteil Feldolling. Wir haben uns von der typischen, klassischen Schallerei entwickelt in einen Zulieferbetrieb mit sehr modernen Maschinen, überwiegend von der Firma HOMAG. Vor fünf Jahren haben wir uns die HOMAG BMG 511 angeschafft, aus verschiedensten Gründen. Wir haben eine Maschine gesucht, die ein starkes Leistungsfeld und ein starkes Leistungsspektrum abdeckt. Die Maschine besitzt einen 72-fach Werkzeugwechsler mit Übergabestation. Somit kann ein sehr schneller Werkzeugwechsel erfolgen. Wir haben eine 5-Achs-Frässpindel drauf, ich glaube 15 kW Wasser gekühlt. Mittlerweile braucht man die sehr oft im Einsatz, zum Beispiel, jetzt momentan sieht man es mit dieser Spannvorrichtung. Das ist eine Matrize für ein Eckelement für einen Büromöbelhersteller. Da werden dann die verschiedensten Eckelemente drauf gespannt und dementsprechend dann drauf bearbeitet. Wir sind sehr zufrieden mit der Maschine. Seit fünf Jahren läuft die fast tadellos. Und wir können eigentlich nur sagen, wir sind zufrieden und würden uns wieder für die Firma HOMAG entscheiden.